das war schon mal krass mal gucken ob es so weitergeht mit nur 18 leben können das eng werden ich hab ein bisschen angst blinderung ach du scheiße was ist denn blinderung keine diener sondern blinderung was ist das habe ich das einsammeln muss die einsammeln ach du scheiße erst dann ist das hier zu ende oh gott das war es für uns leute wie soll ich denn alles einsammeln oh gott oh gott das war ja echt ein kurzer run oh gott der war ja richtig scheiße ich war so gut eigentlich bin ich gut in dem spiel aber diesmal war ich kacke ja ich habe mir wie zu freigeschaltet erhöhte erhöhe eine was erhöht eine zeitlang die gewonnene erfahrung durch das sammeln von erfahrungsten naja ein bisschen schade zeitlang deine füße fühlen sich leichter an okay ein mysteriöser stecken mit umrechten augen geil das heißt wir haben eine neue waffe gefunden die wir dann hoffentlich finden können so neue spiel was ist denn jetzt bei novice sehr mächtige sauber was sauberstab fähigkeiten besitzt wenig mana für die andere margen disziplin brauche ich nicht ich teste mal mal gucken ich brauche nur mein magier starb mein magier starb mehr brauche ich nicht hallen der verzweiflung alter 100 mann ist mal geil ja man kann ordentlich drauf halten ein buch gefunden spektal ringe was das denn geil ist das ist ja geil jetzt habe ich natürlich wenig mana dafür egal hauptsache ich mache auch ein damage mit der wieder diese gott erfahrungspunkte der 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 alter kommt denn her okay ist da und wo die war ich noch teilweise aus die säcke also die gegner säcke das ist ja bescheid so leben ist immer so ein bisschen bisschen problem habe ich das gefühl in dem spiel könnte problematisch werden mit dem leben fein plünderung also das neuer raum habe ich noch nie gesehen gehabt da hinten fliegt es rum hallo die ist transparent die ist transparent stufenaufstieg nice und was kriegt man meine kristalle geben dir mehr magische energie regeneriere einen kleinen teil deines manas zu beginn jedes kampfes ich glaube das bringt nicht viel oder das so war rein den schlüssel gefunden zu irgendeinen geheimen raum war so geil beim ersten rand direkt irgendwas fettes gefunden ich weiß gar mal was das war war eine karte glaube ich und jetzt hier gar nichts dann geht es noch weiter gucken ob hier auch mal was ist irgendwas kaputt ist oder so mal wieder um die ecken läuft jetzt so wenn ich mich jetzt drehe dann rennt ihr erst mal nach rechts noch ein bisschen wein da ist die tür recht hier rennt ihr erst mal noch ein bisschen weiter auch wieder brunnen ich habe irgendwie das gefühl dass brunnen echt nichts bringen ich mir braucht weniger mana ja bis auf das hier das bringt ein bisschen was aber ich glaube ich will nichts opfern dafür ich habe irgendwie weiß ich nicht vielleicht bin ich da noch falsch vielleicht muss man auf die brunnen denn doch extra krass vertrauen oder so ich habe keine ahnung aber momentan habe ich nicht so den elan dazu den brunnen zu vertrauen ich habe mich gerade irritiert ich dachte es sah aus wie so ein kodest wo irgendwas geiles drin liegt wirst du ach nein nicht diese piecher alles aufsammeln nice und weiter geht's okay könnt ihr doch mal die ringe verwenden das ist ein geiler raum man okay naja die ringe sind jetzt auch nicht so toll dann lieber so pump gun mäßig ne so hallo was wieso hat die so viel aus die andere gerade eben die hat nur zwei aus lol ein witziger raum irgendwie ein witziger raum hier ist meine letzte gegner da hinten na gut dann gehen wir hin miau miau woher down gut miau alter da kommt mir schon fast das kotzen es tut mir echt leid leute oh hu da kommt mir schon das kotzen ey boah ich mal gucken wie viele leute sich das letztlich anschauen können hahaha oh man ey ach Mist hier ist ja der gegner ja da müssen wir gegen den gegner wieder der es gibt es ja gar nicht willst du mich verarschen alter okay der ist down easy 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 so uh man geben dir mehr energie erhöht deinen manervorrat für alchemie ach ich weiß auch nicht ist irgendwie alles irgendwie ein bisschen dumm haha wobei also ich glaube ja der einzige nachteil bei dem ist ja eigentlich ich habe 104 mana ist level abhängig wahrscheinlich ich glaube der einzige nachteil von von diesem novizen hier den wir haben ist das novize ich weiß gar nicht ist ja dass er bloß mit weniger mana startet wenn man das jetzt immer mit karten dann ausgleicht ist es doch alles okay sind wir in der mitte aber was zum sammeln nö hallo ist hier jemand ja natürlich ist hier jemand hier sind immer welche karotis das also die karotten wollen uns essen wie pervers ist das denn karotten werden gegessen sie essen doch nicht what the fuck ganz schön pervers ok hier ist wieder mal nichts außer ein paar grabsteine kann man kaputt machen dit 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 ok dann gehen wir wieder zurück und freuen uns dass wir hier hier so schräg rüber springen können däm 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 hallo ja du streust ich streue wir alle streuen darf ich da rein und nee dachte schon jeder jeder erfahrungskistall ist wichtig ich habe mich immer noch was diese was die anderen dinger sind diese kelche was sind die kelche ich habe keine ahnung ich habe den drang extra aufgehoben quasi jetzt noch ins rang ich finde es ganz geil dass man hier mit dem standard magierstab so viel machen kann dass man mit dem so viel mehr damage raushaut mit dem weil standard magier ist geil musst du hast ja keine probleme mit mana haust einfach raus einfach raus gehauen so gucken wir mal erhöht dein mana vorrat für zauber manakestall geben dir mehr magische energie what the fuck ist denn das hier alles so hm ja das ist ein schöner riesiger raum da mag man gerne drin kämpfen oh endlich endlich yeah ah eine karte tränkig werdet ihr mehr leben ja was ist das ja könnte man nicht letztens gab es irgendwie irgendwie einen text komisch letztens gab es da einen text ja geil einen geheimen raum gefunden endlich hat sich das mal gelohnt ich glaube es gibt wahrscheinlich nur einen geheimen raum wenn überhaupt auf einer ebene von daher kann ich jetzt glaube ich hier wieder zurücklaufen ähm haben wir jetzt alles wir haben den boss besiegt wir haben jeden raum gefunden sehr schön dann auf zum sporen hm sup dann da lang hier lang ein bisschen langsamer damit euch nicht gleich wieder schlecht wird so ui und geradewegs in das portal flupp easy noch sieht es ganz gut aus so ja Punkte brauchen wir keine einige gefahrenräume sind optional haltet jedoch schätze für dich bereit wenn du sie bewältigst einige gefahrenräume na gut bis jetzt war ein gefahrenraum war echt nervig ist das ein buch wieder mal ein buch ja ist geil nur das geiler als die ringe nehme ich das mit mhm wir gehen nach da miau hallo ist hier jemand du kannst du deine zauber schaffen ja ha 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 erhöhter zauber schaden ist ja geil ich hätte eigentlich für nichts besseres äh ja beten können mehr damage oh shit stimmt ja die explodieren ja so ekelhaft das ist doch super kann in jedem raum so sein dass ich nur meinen magischen stab benutzen kann he 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 mal schon ein bisschen gucken mal nach da alter hier sind ein haupt bücher oh geil ist sogar was drin hä ist das oh über jahrtausende hinweg haben etliche lehrlinge mit vergnügen diesen mysterischen und unerwarteten gemüse gemüseregen beobachtet was ach die karotten das lachen ist jedoch schnell aus ihren gleich gleichen gesichtern verschwunden als sie herausfanden dass diese liebenswerten karotten in wahrheit mandragoren sind die versuchen ihnen die augen auszuquetschen was ist ja ekelhaft ja story das war ein story büchlein war ein story büchlein so nichts wichtiges he 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 ah diener gibt es ja wieder ah jetzt sieht es ja eng aus von rechts schießt auch noch gleich was haa stufenaufstieg Schlachtruf erhöht ein einmal nachfahrt für alchemie regeneriert einen kleinen teil des lebens zu beginn das nehmen wir mit das finde ich äh wichtiger erstmal als mana vorrat du 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 ich mach eh alles damit ich brauch kein mana ich hab meine fähigkeiten in mir helfe ich immer dabei Aua hast mich getroffen du Arsch so war ja easy so was ist denn hier ein riesiger krasser Raum das ist mal an das ist ja voll geil irgendwo eine wand die die man kaputt machen könnte eventuell nein gehen wir weiter ok eine lore oh was haben wir hier ah der boss raum der boss raum wir haben ihn gefunden und hüpf 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 ah schön ok dann geradeaus weiter gibt es direkt den nächsten weg hallo Diener kein Raum der kaputt geht oh nein nicht die Dinger schon wieder ich hab auch echt viel Glück ey mit den Gegner auswahl dann noch diese komischen Viecher die sind auch eklig ich find die auch sehr eklig ich glaub wenn die grad spucken können sie nicht ausweichen bin mir auch nicht sicher ok lieber erstmal D die sind mindestens genauso nervig wer stehen bleibt stirbt so könnte man das hier gut mit schreiben ja damit nein da sind Erfahrungspunkte verloren gegangen kacke ich hasse das warum müssen die warum gehen die Erfahrungspunkte verloren ganz ehrlich warum gehen die kaputt warum gehen die verloren die zu viel Leben verschwendet der weicht gut aus der Typ hat gut ausgewichen ok dann schauen wir mal hier oh das sieht aus wie eine richtige Tür ok die sind eh alle angebunden da gibt es gar keinen Geheimgang ah der Donis wieder mal testen ob das was bringt und ja ich glaub getroffen wurden sie haha alguna nicht so gib mal das Zeug her hier dün 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 so La gut hat sich doch gelohnt dieser Raum hier gott predictOR nein 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 bleh alter eh ihr müsst sowas kotzen kriegen Oh Gott, ey. Schreibt mir einfach, wenn ihr das kotzen kriegt. Dann schauen wir mal. Ich nehme zwar gerade ein bisschen einiges auf, ein bisschen. Aber es sollte ja nicht so weit vor und weg aufgenommen sein. Oh, da sind ein Haufen Sachen da oben. Lol. Ja, ich bin der beste Jumpman-Spieler der Welt. Ach so, ist bloß der Schlüssel. Ich dachte, hier war noch andere, aber das sind bloß so eine hässlichen Altare. Toll, hab mich schon gefreut. Wir sind auch, was anderes ist, aber so ein Schlüssel. Gegner, ja. Oh Gott. Pilze und Schleime. Perfekt. Was? Kommt der da hinten her? Pilze und Schleime. Mein Lieblingsgegner. Ach, wieder was. Da war wieder was weg. Wieder was verloren. Das ist so schade einfach. Das ist einfach so schade. Okay. Dä, 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 dä. Unter mir war irgendwas. Keine Ahnung was. Oh, oh. Oh, er war's tot. Ach so, so. Oh. Lol, so ein Vieh war das. Okay. Iiii, Karotten. Die wollen wir die Augen rausquetschen. Das weiß ich ganz genau. Das hab ich gelesen. In einer magischen Rolle. In einer mystischen, magischen Rolle. Hab ich das gelesen. Da geht's lang. Dahin geht's auch nochmal lang. Ich geh erstmal hier rein. Was ist das? Okay, das sind die Einfachen, die nur ein, äh, ein Schwert schießen. Okay, der wird schon schwerer sein da oben. Ah, kommt schon. Das ist geil, nur mit dem Magierstab rumzuballern. Ist irgendwie geil. Ist irgendwie geil. Kaputte Wand. Drüben vielleicht. Nein. Hm. Hat sich ja nicht so gelohnt. Außer Erfahrungspunkte natürlich. Erfahrungspunkte lohnen sich eigentlich immer. Kann man gar nichts dagegen sagen. Die lohnen sich immer. Okay, da geht's nicht lang. Ach, Brunnen. Was haben wir denn? Momentan haben wir doch irgendwas. Oh, ich hab U. Manavorrat für Zauber. Deine Füße fühlen sich leichter an. Ah, schneller laufen ist immer geil. Achso, ich würde eigentlich gucken, was ich für eine Karte hab vom Brunnen. Hm. Alchemie verbraucht weniger Mana. Lass ich so. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was da mal für hässliche Karten rauskommen können. So, wir haben alles. Dann auf zum Boss. Miau. Geheim Raum hab ich jetzt nicht gefunden. Schade eigentlich. Aber vielleicht gibt's nicht in jeder Ebene einen. Bin mir da nicht sicher. Vielleicht gibt's was. Oh, shit. Die haste ist einfach zu langsam. Ich muss schneller werden. Miau. So, was kriegt man denn? Was kriegt man denn? Bitte was Eichtes, was Eichtes. Königin. Ah, nein. Die war so schwer. Die war schwer. Ich hab mich nicht schwer in Erinnerung. Oh Gott. War auch die Falsche. Das ist die Richtige. Der hat bestimmt eine andere Farbe als andere. Aber ich seh's halt nicht. Ja, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Stirb doch. Geht doch. Ja, war doch nicht so schwer. War eigentlich ganz okay. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ja. Cool. Neue Fähigkeit. Erhöhet dein maximales Leben. Oh, das ist geil. Will ich haben. Will ich haben. Maximales Leben erhöht. Nice. Juuu. Pff.